Was geht? Was geht? Was geht'n ab? Was geht'n ab? Das war scheiße. Nochmal. Moin moin Leute, das ist der Stefan von den Holzpiloten und das ist der? Der Timo von den Holzpiloten. Was geht? Heute ist ein ganz verrückter und cooler Tag, weil heute sind wir hier, wie ihr seht, auf dem Flugfeld. Weil wir sind die Holzpiloten, das heißt, wir fotografieren unsere Tische vor Flugzeugen. Das ist so nadelig. Das ist sau, also wie der Adrian sagt wohl, krank. Krank. Das ist einfach krank. Wir nehmen euch einfach was mit durch den Tag. Es wird heute was länger. Das wird heute sehr lang. Wie lange machen wir heute? 22 Uhr. 22 Uhr, nur damit ihr geilen Content genießen könnt. Und rüber zu den Leuten, die gerade Fotos machen, krass Picks. Jetzt sind die im Hintergrund der Arbeit. Stell auf, wer auf macht, rück Rekord. Also im Prinzip haben wir den super krassen Tag, weil wir stehen vor der Kamera. und tragen die Verantwortung. Wir tragen die Verantwortung. Also Leute machen so Lachsenkram, wie die 150 Kilo Gestelle rumschleppen. Ganz ehrlich, da würde ich gern tauschen. Wo kein Schnee liegt, kann gelaufen werden. Früher haben wir das zu zweit alleine gemacht. Zu zweit alleine? Ne, zu zweit alleine. Macht's dir denn Spaß? Raucht? Wann sind wir alle? Das ist das alles. Das ist das alles. Das ist das Spiel. Und das ist das Spiel. Ehm. Wir gehen jetzt in einem Hangar, da stehen alte Militärflugzeuge. Old Timer am Ende rechts und da wird doch halt geschraubt, oder? Wir tun jetzt so, als würden wir da auch mitschrauben mit unserem Tisch davon. Ah krass, okay, also wir gehen jetzt in eine richtig coole Halle mit alten Old Timers und dann zeigen wir euch da gleich auf jeden Fall mal ein paar coole Schnittbilder. Ein zu dir ziehen! Zu dir! Ja, ist okay. So, mach Foto! Attacke! Richtig geile alte Teile gehören einem Dude alleine. Der schraubt hier auch immer zusammen und restauriert den einen seit 10 geschlagenen Jahren. Ja, das ist schon heftig. Und der Allianz Heigengard, das ist fett. Das hier als Kategorie, wenn du das so einsteigen hast. Richtig. Ja. Es gibt schon die Typen nebenan arbeiten. Ja, das sieht echt aus. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Das ist und das ist echt richtig. Ja, das geht ganz gut. gut, sonst hat er eigentlich nicht viel drauf, ne, ja, Leute, im Endeffekt ein langer Tag nähert sich jetzt dem Ende, um jetzt das Ganze nicht bei absoluter Dunkelheit zu machen und um euch unsere geile Optik nicht vorzuenthalten, sagen wir jetzt schon mal Tschüss, ihr wisst wie das Spiel läuft, auf jeden Fall freuen wir uns über einen Abonnement, Like, Like, Daumen hoch und Kommentare und aktiviert das Glöckchen, also jeder, ne, YouTube ist nicht toll, aber YouTube verlangt das Glöckchen, Glöckchen, was ist denn ein Glöckchen? Ich weiß nicht, er leckt mich am Arsch, wir sehen uns beim nächsten Mal, wir freuen uns auf euch, haut rein, viel Spaß beim vielleicht nochmal anschauen, wäre schön, oder bei den anderen Videos, ciao und vau, macht's gut!